Im letzten Part haben wir mit Freedom Planet 2 angefangen, haben viele neue Dinge gesehen im Vergleich zu der Sample Version, die ja schon Jahre alt ist. Und wir wollen jetzt zu Mila, weil irgendein Roboter meinte, Baumhäuser zu zerstören ist cool, das ist so ein geiles Hobby, ja, der hat echt kein Leben, Alter. Jetzt sind die Obdachlose und ja, müssen zu Mila und vielleicht kommen wir ja darüber zu ihr, mal gucken. Auf jeden Fall, willkommen zurück zu Let's Play Freedom Planet 2, dem Singen-Worder-Tempo. Ich würde sagen, Start. Okay, ähm, warum, was ist das, Mil? Oder, okay, sieht ein bisschen interessant aus. Ähm, okay. I'll be right there! Lilac! Carol! Wow, you guys look awful! Nice to see you too. Yeah, sorry it's on such late notice, but could we crash at your place tonight? Our house was destroyed by this giant robot, and we need a place to stay while we fix up the- I brought snacks! Please, come right in! Mi laboratorio es su laboratorio. Uh, say what? Oh, uh, never mind. Just don't touch anything that's glowing. Or moving. Or growling. Okay? Coming! Oh, Lady Nero! Haha, what a lovely surprise! Whoa, what are you doing here? Did your treehose get wrecked too? This isn't about that explosion last week, right? It was an accident, I swear! I was just trying a new chemical compound that would change the color of my clothes! No. Oh, okay. But now that you've mentioned it, I'll have you file a little report once we return to Shang-2. Oh, okay. We return? Don't tell me. The Magister has summoned you all for an audience. I said don't tell me! The Magister wants to see us? But why? We're safer discussing this at the palace. Come. Well, what if we don't wanna? You did kinda crash our unscripted sleepover. It would be unwise of you to refuse. Right! We're going! You go, what are you? Hey, you heard the lady! Watch this! Whoa, whoa, whoa! Oh, in a sec! Make that two reports! Ähm, okay. Look. Ähm. Ach, man kann reden? Warte mal. Wie geht's ihm reden hier? Ich muss mal... Ähm, ich wollte eigentlich mit dir reden! Hallo? I will meet you outside the gate. Get the supplies if you must. But make it quickly. Okay. Warte mal. Sind wir jetzt hier in der Stadt? Oder was ist das hier? Okay. Kann man hier irgendwas machen? Oder warum... Look. It's nice funny. Okay. Ich wollte jetzt echt nicht so genau wissen. Was ist das hier? Viele Bücher. Mathematik. Schöp. Mie. Wow. Ist hier mal interessant. Ähm. Kann man da hoch? Oder? Nee, kann man nicht. Schade. Wäre lustig gewesen. Gibt es da was zu erkunden? Ich weiß nicht. Wir schauen uns das mal um. Ähm. Talk. I'm the local commercial. Der an des Parts. Ah, du verkaufst Dinge. Ähm. Items hier. Okay. Ist der Bonus Reciphered at the End of Stage? Okay. Was hast du denn... ... im Angebot? Was gibt's denn? Ah, wir haben jetzt hier... ...Crystal to Peters. The Flowers in the Stage into Live Flowers. Okay. Damage to enemies. Okay. Das ist doch eigentlich nicht schlecht. Sozusagen. Das können wir uns ja mal kaufen. Und... Moment. Können wir noch das andere kaufen? Da haben wir mal wenigstens was ordentliches hier im Inventar. Wer weiß. Was brauchen wir die auch mal? Ähm. Reden wir mit dir. Ja, okay. Ach, der... Das Ganze fällt auseinander? Ja, der Orb. Geil auf mir, wenn er mein für Gems erworbt. Okay. Stimmt, das ist ja der Magnet-Shield. Kann... Ach, man kann ja alles erkunden. Ähm. Ich glaube, es sollte mich nicht so runter, oder? Ich hab's Gefühl, es sollte mich gar nicht so an. Das ist doch so auszusehen. Wer ist denn hier? Ja. Schnippaar. Schnippaar. Ich weiß, ich weiß, ich kann's dir wieder die Hard-Time-State. Okay. Seven Senses. The first half Senses are physical. Ah. Senses transmit the first five to space and time. Okay. Telepathie. Verstehe. Okay, das ist schon interessant. Warte mal, gibt's immer noch was zu sehen? Ich geb dir mal. Friend of Hound. Hello. Straffling. We have items very strong. We have a space of them. Let's sleep. See ya. You can sleep in the house. Three. Safe travel. Okay. Ähm, ja, gut zu wissen. Ist das doch irgendwas hier? Nö. Gibt's hier ne. Ah, ich hab meine Items, von daher passt es. Wir gehen zum Gate. You will travel to Shang-Thu Palace and meet with the Magister immediately. You will act with proper reverence. I will not tolerate any flippancy. No worries, Lady Neera. Und jetzt sollen wir darüber Shang-Thu, okay? Ach, das ist so eine Mehrfachkarte. Shen Lim Park. Klar. Geh mal rein. Items wollen wir nicht einsetzen. Das brauchen wir nicht. Ich hab auch ohne Items. Ready, go! Okay. Ähm, war das eine gute Idee oder war das schon eine Scheißidee? Ich glaub fast, das war fast eine halbe Scheißidee. Ja, war's. Hallo. Ähm, okay, gut. Der wurde sowas von weggeratzt, alter. Ach, die kommen wir mal wieder, oder wie jetzt? Versteh ich das? Moment. Danke für den Shield. Oh, jetzt haben wir den Shield, alter. Holy. Oh my God, what? Tja, jetzt können die Flammen mir gar nichts mehr. Das ist doch praktisch. Ähm, komm her, alter. Verrecke. Ähm, das ist... Ah, kann man die Glocke benutzen? Komm schon, ich zerstöre die Glocke, alter. Die wird sowas von mir gestreckt, oder auch nicht? Ähm, ja. Komm her, alter. Ich wollte das eigentlich nicht. So. Aber kann man hinsetzen? Kann man hinsetzen? Aber kann ich da hinsetzen? Wow. Wow. That's a nice feature. Aber da oben haben wir... Yeah, das ist doch cool. Ich will da auch, alter. Weiß auf, oder? Da können wir sogar. Moment. Das ist das, was ich betätige. Komm mal weiter. Ey. Du bist tot, alter. Ich will da dich, falls du es eh auf den Arsch. Moment. Boah. Nice, weggauern. Hey, you all hear me through this thing? Oh, it's funny, good buddy. Please be right, but cool. Oh, wow. Am I on TV? Oh, hi, Mila. Hi, Mila. Ähm, was? Was geht denn jetzt ab? Ähm. Moment. Wir gehen einfach weiter oben. Immer schön oben bleiben, habe ich gehört. Dann kommen wir mal zu den geilen Chests. Ich glaube, wir sind da oben, oder? So. Hui. Das macht doch fun. Alter. Kannst du nicht sterben, alter? So. Der will echt auch nicht sterben, oder? Ich will einfach wieder Bahn fahren. Kann man machen. Praktisch. Ich finde diese Gimmicks so geil. Äh. Danke für die ganzen, ähm. Secrets, aber ich würde echt gerne meine Troll finden. Ist ja, glaube ich, ein bisschen cooler, aber irgendwie. Find ich keine. Ich weiß nicht, warum. Ich hab keine Ahnung, warum ich... Ich hab noch keine Gefurz. Ah, aber... Boah, bleib oben, alter. Wir bleiben oben. Kannst du auch sterben? Hässlich. Ich weiß nicht. Moment. War ich da oben? Oh, da blockierst du mich hier, alter. Nervig, komm ich mal hoch, alter. Oh, da blockierst du mich hier, alter. Ich hab's verkackt. Ich hab's total verkackt. Ich hab' ich nicht verpasst, alter. Ich hab' ich nicht verpasst, alter. Ich hab' ich nicht verpasst, alter. Ich hab's so sehr verpasst, alter. Ich hab's... Ach, sag' ich mal vorhin. Du musst von'n das zu mitmachen so... Und der kann doch nicht einfach abhauen. Ich mein, hallo, ich weiß von dem auch was, vielleicht. Ich weiß nicht, was da oben ist, gewesen wäre. Das würd' ich gerne mal nachprüfen. Oh mein Gott. Hier muss doch was sein. Ich kann nicht vorstellen, dass hier keine Siebel sind. Da ist doch was. Ja, da haben wir doch was. Moment. Komm. Wir. Scheißen direkt. Wir müssen zu mir hochschrauben. Aber ich weiß es nicht. Komm schon. Wenn ich das von hier aus versuche. Ja, das war auch nicht schlecht. Ja, bitte. Geht doch. Oh, Secret. Let's go. Ähm, Moment. Ah, verdammt. Das war... Kann man nicht anders auch. Hallo. Du hässliche Glock. Ah, ich komm denn hier hoch, Alter. Das ist... Woher muss ich... Achso. Jetzt erklärt sie es. Aber jetzt, komm her, du Glock, Alter. Kann die Glocker bitte auch sterben? Nee, kann sie nicht. Ich hab ich gesehen, Alter. Ich auch. Ist da noch was, vielleicht? Alter, das war jetzt böse. Oah. Verrecke. Ähm. Komm her hoch jetzt. So, komm her nicht hoch. Wir müssen auf jeden Fall... Moment. Fast. Die Idee war nicht schlecht. Die Idee ist echt nicht so schlecht. Ja, wir sind wieder oben. Thema erledigt. Ähm. Ähm. Ach, da... Du hast was. Cool. Hier. Ein Checkpoint. Hallo. Hurenbock. Alter, der haut schon wieder ab. Was ist denn das für ein Bastard, Alter? Ich kann da einfach abhauen. Das geht mal gar nicht, Alter. Das merke ich mir. Störbeinfach. Da. Shit, 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 shit. Moment. Das will ich schon haben. Fire ist... Ähm. Moment. Und jetzt hoch mit uns. Yes. Bravestone. Let's go. Oh, willst du auch wieder eine Falle aufstellen oder was? Ich glaube mal gucken, kann man es da rein irgendwie? Ja, das schaffen wir. Oh, jetzt ist die Frage. Ähm. What the fuck? Ach so, man rast dann durch. Man vergriffen hier. Das verstehe. Wie geht das jetzt hier? Kann man das Buch benutzen? Das ist ja nur... Deko. Ich vermute mal nur Deko. Aber... Was ist denn hier oben eigentlich? Hier muss doch noch irgendwas sein. Äh. Der... Ähm. Okay. Dann müssen wir da hoch. Nein. Wir müssen da hoch. Wir müssen in Pia jetzt ja, glücklicherweise entkommen. Obwohl ich echt den ins Piken würde. Hey. Das war nicht schlecht. Okay. Dann gehen wir da rüber. Gibt es dann noch was zu holen? Ich bleib mal auf der Bahn. Ähm. Ja. Die hat uns zu einem Secret gebracht. Oh. Jetzt kommt die Action. Der ist da. Ich bin da hoch, Alter. Junge. Was haben die immer mit mir? Ich glaube, das ist ja nichts. Ey. Der nervt mich. Zorrekt doch. Ähm. Ich glaube, wir müssen einfach mal durchwaschen. Mal gucken. Ob das Vorurteile hat. Ey. Das können wir brauchen. Äh. Genau. Dann haben wir. Ah. Das war ein Verbot. Oh nein. Nicht der schon wieder. Ich will jetzt hinfahren. Ah. Hallo. Keine Ahnung. Wird. Ich will mal hochgucken. Ist da oben was? Ist da oben was? Ja. Muss da was sein. So. Jetzt hoch mit uns. Und da oben ist doch gemisitiver. Ich rieche die bisher. Hier ist nichts. Ist da was? Nö. Hätte was sein können, oder? Da hatte ich gerade so große Hoffnung drauf gehabt, dass da was ist. Und dann war da nichts. Sehr gut. Meine Christus. Der muss kurz sterben, Alter. Der muss. Hallo. Alter. Der ist sowas von fällig, Alter. Kann mir das nicht hochgehen. Ich weiß nicht. Ist auch nicht schlecht. Bin ich immer hier oben. Oh. Ah, der steht schützt davor. Praktisch. That's totally praktisch. So, ist meine Kanone eliminiert. Hier ist nichts mehr, oder? Boss Alert? Ähm. Oh nein. Ah. Oh mein Gott. Kann er bitte mehr sterben? Der stirbt nicht, oder? Was macht der jetzt? Wer hat sich das geändert? Okay. Ähm. 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 Das funktioniert wunderbar, was du hier machst, ne? Du stirbst eigentlich im Übrigen. Falls dir das auffällt. Du bist gar von mir aus dem Leben genommen. Ich spinne jetzt um, Alter. Ich hab mir einen Dragon Rush zu Ende bringen. Hat nicht funktioniert. Hey. Ich wollte eigentlich den Dragon Rush killen. Was ist mit dir? Was ist mit dir? Das ist der Beste, den man kriegen kann. Einfach durch Dragon Rush niedergerissen. Hier haben wir eine Karte, Alter. So. New Record. Danke. Was ist immer ein New Record? Hey, Alter. So läuft's. Haha. Did you guys see my sweet moves back there? That guy was like, roar. And I was all like, whabam. And he was like, oh Gott, not the face. Oh, sorry. I think I was in a different part of the city. But, whabam. All right. Yeah. Good thing we split up. Nice and quick. Just the way I like it. Ja, das ging relativ schnell. Aber wir haben die Disc nicht gefunden. Die ist da irgendwo noch. Vielleicht bin ich die immer offscreen. Ich glaube, ich weiß, wo die war. Ich glaube, das ist da, wo wir runtergeflogen sind. Und nicht mehr hochgekommen sind. Musste mal gucken, aber... Was ich sagen kann... Ja, es war eine geile Stage. Es war wirklich eine geile Stage. Im nächsten Mal, wenn wir dann zum Palast gehen. Von daher, konnte ich nicht vergessen, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Und natürlich Emerald Control. Damals hatte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass die Truhe genau da war. Wirklich im letzten Abschnitt vor dem Boss.